Hallo, da es heute so kalt ist, zeige ich euch am besten, wie man sich die Hände wäscht. Davon wird dann zwar auch nicht werden, aber das ist ja auch egal, das kümmert ja auch kein. Also, dafür brauchen wir einmal ein bisschen Wasser, einen Stuhl, ein Handtuch und ein Stück Seife. Ich habe da eine solche Idee. Zunächst mal setzen wir uns auf den Stuhl. Hier, die hier haben wir uns auf den Stuhl. Und die hier haben wir uns auf dem Stuhl. Und die haben wir uns auf den Stuhl. Wie heißt es, wir haben da gesagt, dass wir ein Beinchen machen können. Dann schrauben wir uns auf den Stuhl. Und dann schrauben wir uns auf den Stuhl. Und zuerst am besten die Amel hochkanteln. Okay. Komm, komm, komm. Alles schon auf den Mal. Jetzt schotten wir. Schön schotten. Wenn es dann ungefähr so aussieht, können wir es abwaschen. Jetzt ist es schon weich und glitschig. Wenn es so aussieht, können wir es abwaschen. Am besten nehmen wir warmes Wasser, warmes kaltes Wasser. Wenn es so aussieht. Fuck, fuck, fuck. Ich warte dafür belästig fahren. Hier fahren wir an. So schön sauber. So. Und dann fangen wir an. 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 Okay. So können wir kurz aber nicht. Es ist heiß. So wieder. So wieder. Und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Dann fangen wir an. 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 Vielen Dank.